Was glaubt man, du Sieg weiter, Osa dir und zu weiteren Breaking News zum Game Dragon Ball Z Dokkan Battle, wobei die News kamen eigentlich schon gestern Abend raus, ich war aber so im Halbschlaf und hab das Ding noch so tweeten können und hab mich auch eingepennt, aber sei es drum, wir holen das Ganze nach, beziehungsweise kam sogar dann noch ein Data Download für das japanische Dokkan Battle und ich sag's jetzt schon mal, Shoutout an Team Dokkan, das sind Leaks von ihm und es handelt sich alles, was wir uns ansehen werden, vorerst erstmal für das japanische Dokkan Battle, wie, warum, weshalb, Osa, du, denn das Ganze kommt noch auf beiden Versionen richtig, aber die ganze Sache, die reinkam, sind erstmal für das japanische Dokkan Battle reingekommen, wenn ich jetzt so sagen darf, deswegen gucken wir uns das Ganze mal an, nämlich, der Boy Team Dokkan hat den Bannerinhalt für das Dual Dokkan Fest von Super Saiyan Goku und Freezer geleakt, das am 31. August erscheinen sollte, die Celebration selbst geht ab morgen los, die Tickets sollten ab morgen verteilt werden, jedoch, Freunde, werden sie nacheinander folgend verteilt, nicht jeder bekommt sie auf einen Schlag, ich beispielsweise hab letztes Jahr bei den 200 Minion Celebration, nach 12 Stunden erstmal den Tickets bekommen, deswegen wundert euch nicht, wenn ihr eure Tickets später bekommt, aber zum Bannerinhalt, wohlgemerkt, wie gesagt, für das japanische Dokkan Battle erst, so werden, so, so werden die Banner im japanischen Dokkan Battle aussehen, wir haben zum einen natürlich den Super Saiyan Goku, so wie er droppt, droppt er in der Baseform als SSR Charakter, dann haben wir dazu noch den neuen Kaioken Goku, der wird quasi auch im Banner erhältlich sein, ihn wird man mit den Medaillen vom Dokkan, der wird vom Goku höchstwahrscheinlich erwecken können, und ihr seht schon, auf jeden Fall, ein 3. August ist das Datum für das Banner, wie gesagt, das für das japanische Dokkan Battle, dann haben wir noch Evolution Vegeta, Tech Vegeta Blue, Ui Goku, Angel Goku und Kaioken Goku Blue, also dieses Banner hat's auf jeden Fall in sich, auf der anderen Seite, das von Freezer ist genauso spicy, wir haben natürlich den neuen Freezer erste Form, so sieht er aus, wenn er droppt, als SSR in dem Banner, dann haben wir den, auch ein nicht Dokkan Exklus, den Freezer Final Form, dann haben wir Talis in dem Banner, Rosé Firezeit Combat, Angel Golden Freezer, Cooler und Tech Golden Freezer, also die zwei Banner sind wirklich sehr, sehr gut, und ihr merkt auch schon, im globalen Dokkan Battle wird das höchstwahrscheinlich nicht so aussehen, wegen zwei Charaktieren, zum einen Talis und zum anderen Evolution Vegeta, denn ja, die Banner müssen nicht gleich sein, man kann sich auf jeden Fall ändern in den beiden Versionen, weil Evolution Vegeta gibt's im globalen Dokkan Battle nicht, der sollte eigentlich erst nach der Celebration kommen, ich denke nicht, dass er zusammen mit der Celebration droppen wird, das wäre viel zu viel, denn mit ihm hat auch Jiden sein Dokkan Event bekommen, sein Awakening etc., das wird in Global mit hoher Wahrscheinlichkeit erst nach der Celebration kommen, deswegen schließe ich aus, dass Vegeta in dem globalen Banner sein wird, alles andere könnte eigentlich genauso aussehen, und auf der anderen Seite schließe ich auch Talis aus, weil er ist momentan online im globalen Dokkan Battle. Welche Charakteren könnte man für Global statt den beiden reintun? Nun, einen anderen Kategorien Leader, der sie ersetzt, sei es zum Beispiel jetzt hier Omega Sheldon oder hier auf jeden Fall Gogeta, ja, als Beispiel, wir kennen den Banner innerhalb nicht, Team Dokkan hat nochmal Shoutout an ihn, hat nur das Ganze für JP geleakt, denn er hat auch selbst gesagt, für Global haben sie noch keine Informationen, sollte die Tage aber folgen. Alright, Freunde, aber die beiden Banner für die JP-Spieler, die sind richtig gut, vielleicht sogar die Basten, die Basten, die Besten, die Besten Banner, die es je gab, weil, Freunde, schaut euch an, wir haben einen neuen Charakter, den neuen Charakter Goku, einen neuen Dokkan Exo-Win-Charakter, der es in sich hat, mit wahrscheinlich einer der besten nicht Dokkan Exo-Win-Charaktere im Spiel. Dann haben wir Evolution Vegeta, Vegeto Blue, Ui Goku, Angel Goku und, okay, Kaioken Goku kann man mitnehmen, aber Evolution Vegeta, Vegeto Blue, Ui Goku, Angel Goku und der neue Goku sind spitzenmäßige Dokkan Exo-Win-Charaktere, gehören zu den Top-Charakteren im Spiel, ohne wenn und aber natürlich. Ja, auf der anderen Seite haben wir das genauso, ja, den Freezer, den nicht Dokkan Exo-Win, der ist auch solide, aber jetzt, wenn wir die Dokkan Exo-Win betrachten, haben wir Freezer, Thales, Thales und seine Kategorie ist wirklich sehr, sehr gut, wenn wir die Kategorie haben, Thales an sich ein guter Supporter, selbes gilt für Vegeta, seine Kategorie ist immens, die größte Kategorie im Spiel, Thales haben wir dann quasi an der Stelle, Rosé haben wir, als Gegenspieler zu Vegeta Blue, 1 zu 1 Gegenspieler kann man da auf jeden Fall davon sprechen, Angel Golden Freezer, sehr solide, Resident Warriors cooler und Tag Golden Freezer, Tag Golden Freezer könnte man verzichten, cool ist auf jeden Fall auch solide an der Stelle, wäre auch in Movie Bosses, also aus den beiden Bannern könnt ihr sehr gut wegkommen, mit verschiedenen guten Teams, zumal ihr quasi dann natürlich den Hero Teams bilden könnt, die Hero Leader habt, Vegeta Blue oder Villain, Rosé und dann die neuen Goku und Freezer, ein Dream of Gods könnt ihr da rausgehen, Pew Saints könnt ihr rausgehen, Movie Bosses habt ihr dabei, Resident Warrior, also die Bannern sind wirklich sehr, sehr gut, in Global sollten sie genauso mehr oder weniger ähnlich aussehen, außer wie gesagt, Thales und Vegeta, Freunde, und genau soviel erstmal dazu, dass wir weiterhessen noch einen Tag verbleiben, für die heutige Programmmission müsst ihr einmal die Grand, also die Medaille des Oberältesten benutzen, könnt ihr bei physisch Charakterien benutzen, bei super physisch Charakterien an der Stelle, damit konnten den heutigen Jangball hier, ansonsten was haben wir noch, das Titelscreen, oder der Titelscreen wird sich ändern, für das Japanische Dokument, für das Global natürlich auch, das ist noch nicht online, das kommt noch, aber wir haben gesehen, das ist Goku vs Freezer, dann gab es einen Data Download, wie gesagt, da kam schon mal die Information rein zu den Charakterien, wir haben aber noch nicht alle Charaktere, zum einen haben wir den Gewinnerpreis Goku Super Saiyan, was kann hier an der Stelle, ähm, ist mehr oder weniger wie aus den Leaks gewesen, All-Types K-3, HP 30%, Angry Kammermer, Deals Supreme Damage, macht Supreme Damage, für den Gegner, also auf den Gegner, und Passive ist, wenn die HP 77%, oder drunter sind, bekommt der K-3 Attack-Modafs 77%, ihr merkt schon, das ist so Gewinner- und Loser-Karte, also 77% und drunter, ja, erst danach ein Passive, eine gescheite Passive zu haben, das sind, es sind nur Preise, man merkt, es sind nur Preise, der Gewinner bekommt ihn, der Verlierer an der Stelle bekommt dann unseren Freezy Pop, und der ist genau gleich, so einfach nur, also wirklich genau gleich von der Passive, von mir ist gelehrt, deswegen soviel zu den Charakterien, da kam noch quasi unser Boy in Details zum Piccolo rein, das ist quasi unser Piccolo, den wir bekommen werden, denn im globalen Dokumentel und im Apache ist der zeitgleich der Count an, morgen endet dieser Count an, und morgen, beziehungsweise gestern kam schon eine Ankündigung rein, dass ein Event reinkommen wird, zum, äh, New Event, Story Event, falls ihr euch gefragt habt, was das ist, das ist das Event zum Piccolo, denn er wird ein Free-to-Play-Charakter sein, den man Free-to-Play auch von 0 auf 100% bringen kann, ohne Extremes Erwecken wird er ebenso bekommen, das Extremes Erwecken, wenn mich alles deutsch, sollte er es am 4. September bekommen, aber Freunde, im Morgenvideo werden wir alles wissen, was zur Celebration kommt, alle News-Videos, beziehungsweise alles, was uns erwarten wird, und das kommt dann morgen, aber zum Niederskill, beziehungsweise zu Piccolo selbst, aus den Leaks hervor, ist ein bisschen was geändert, wie gesagt, Leaks mit Force betrachten, da kann man eine Übersetzung falsch gehen oder sowas, sofern es in die Daten kommt, dann können wir darüber sprechen, dass es genauso sein wird, es sei denn, es gibt Änderungen, so hotfixes nenne ich mal, Niederskill ergibt der Namek-Gen-Kategorie Key-Plus-3 HP-Attack ungefähr 77% oder Agile-Charakter in Key-Plus-3 HP auf 30%, er macht mit seiner Ulti-Supreme-Damage und erhöht seine Verteidigung um 30% für eine Runde, transformiert den Super-Attack, macht hier ebenso Supreme-Damage und erhöht seine Verteidigung ebenso um 30% für eine Runde, genau, seine Passive ist nicht transformiert, er hat 60% und Attack-Plus-12% und Key-Plus-2 für jeden Rainbow-Orb, der er einsammelt zusätzlich und wenn die Bedingungen stimmen, transformiert er sich, die Bedingungen haben sich hier geändert, ihr merkt es aus den Leaks, da kann, wie gesagt, entweder aus den Übersetzungen etwas falsch hervorgehen oder es wird einfach schlicht und weg gehindert, äh gehindert, geändert, in den Leaks waren es in der zweiten Runde, hier heißt es, wenn Piccolo quasi, ähm, er verwandelt sich mit Nail, wenn die fünfte Runde begonnen hat, im Spiel, also nicht erst, wenn Piccolo nach fünf Runden reinkam, sondern wenn im Spiel die fünfte Runde begonnen hat, ja, und wenn er direkt zur fünften Runde kommt, transformiert er sich, wenn nicht, dann natürlich erst, wenn er nach der fünften Runde reinkommt, aber um es kurz zu fassen, wie es drastet, am besten nach der fünften Runde, sofern, also nach Kampfbeginn, nach, ab der, ab der fünften Runde nach Kampfbeginn, um es letztendlich genau zu sagen, ihr merkt es, Freunde, ich frühere Morgen, sorry, aber, dann haben wir die Transformative Passive, erhielt sich einmalig, erhielt einmalig die HP um 30%, ändert Argel, Ki, Sphere in Rainbow und Attack und Eff 70%, also so fix, zusätzlich bekommt er weitere 15% auf den Angriff und Ki plus 3 und hielt sich um 18.000 HP für jeden Rainbow Orb, den er einsammelt an der Stelle. Nun nütz, soviel dazu, Freunde, dann gucken wir uns mal kurz das Detaildownload an, was dann hinzukam, wir haben die neuen Charaktere abgesprochen, für das Japanische Dokument kommen neue Missionen zu, beziehungsweise gewisse Events werden zurückkehren, unter anderem das Extreme-Seboden des Familien-Kamera-Trios ist in Globo schon online, und dann gibt es auch, äh, gibt es auch Missionen für das Clearing des Events, Legendary Super Saiyan Event, wird wahrscheinlich ein neues Event sein, das reinkommt, es sei denn, es ist schon ein Event, was mir gerade entgeht. Releasing Piccolo Potential, ja, wenn wir Piccolo auf 100% bringen, bekommen wir Dupes, Elder Kai, etc., etc., das werden wir alles schon ansehen, wenn wir 250 von den Frog-Items einsammeln, bekommen wir erste Elder Kai Zaisons, etc., wenn wir die Final-Stage von Ginyu 25 mal klären, gibt es 3 Stones, und wenn wir alles klären, 2 Stones, das gehört zum Story-Event, kommt morgen online, dazu wird es dann alle Informationen geben, dann wird es aber Daily-Missionen geben, vom 28. August bis zum 4. September, was interessant sein könnte, da können wir Daily 10 Charaktere, äh, 10 Charaktere, da können wir Daily 10 Dragonstones holen, und ich bin gespannt, ob das quasi was mit dem Pot zu tun hat, oder ob das permanent da sein wird. Ich glaube, wenn wir da als 10 sind, hoffe ich, dass permanent da ist, weil dann können wir auf jeden Fall in dem Zeitraum 10 Dragonstones zu tun, ist auf jeden Fall so die Idee. Mehr Dragonstones sollten reinkommen, vor allem zum Login-Boden, etc., aber das, da werden wir erst die Tage schlau. Genau, und dann hat es noch gewisse weitere Missionen, wenn wir quasi hier, clear ein Event mit Only Namik-Saga-Units, bekommen wir Friend-Points, Exchange-Trade-Challenge, Bubble-Points, äh, Bubble-Shop, also hol dir was im Bubble-Shop, oder ja, hausche was im Bubble-Shop ein, hol dir 3 Items im Bubble-Shop, gibt 1 Stone, und dann sofort Clearing, äh, 25 Story-Events, not Stages. Ja, okay, wenn man 15 Story-Events cleart, bekommt man 5 Zones. Das sind alles so Missionen, die sich um das Story-Event von einem neuen Piccolo drehen werden. Und wenn wir 25 Stages eines Extremes Awakens bewältigen, bekommen wir 5 weitere Dragon-Zones und gewisse weitere, ja, Preise, 12 bis 16 Consumings, äh, 5 Zones and each of Funky Kai, okay. Ihr merkt schon, da kommen sehr viele Missionen rein, wenn man Seminar-Bewertigung seines Forts. Die ganze Missionen bekommen wir morgen detailreich rein, Freunde. Sollten wir morgen bekommen, dann werde ich auf jeden Fall euch wissen lassen. Aber nochmal kurz, damit ihr euch ja vorbereiten könnt und es kurz überfliegen könnt oder wir es kurz überflogen haben. Kurze Anmerkung, Freunde, und zwar gab es für das globale Doka-Battle ebenso ein Data-Download. Unter anderem kam schon mal der Piccolo hinzu. Eventuell werden die Preiskarten auch auf der Seite DBZ-Space hinzugefügt. Nur damit ihr Bescheid ist, es gab hier auch ein Data-Download. Die ganze Mission, die wir gerade besprochen haben, wurden ebenso hinzugefügt. Die könnt ihr euch gerne mal hier ansehen. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen, in aller Ruhe. Aber wie gesagt, morgen bekommen wir das dann quasi in-game visuell. Ansonsten, Freunde, was noch hinzukam für Global, das Extreme-Z-Battle vom Super Saiyan 3 Goku, vom Strength Broly und vom Kid Gohan Namek werden ab morgen, dem 28. August, ab 7 Uhr online sein. Und genau, dementsprechend soviel dazu. Weiter im Kontext. Piccolo-Mission, wie gesagt, wenn wir ihn auf 145 bringen, SF-15 gibt nochmal 5 Stones, also auf jeden Fall viele Stones hier an der Stelle von den Missionen. Ansonsten, neue Items können rein, das Frosch-Item, was wir uns angesehen haben. Und Red Dragon Zone 5 und Purple Zone 2. Red Dragon Zone 5 können wir uns dann wahrscheinlich in Free-Charakter wiederholen. Und Lila Stone 2 werden wir wahrscheinlich wieder kaufen müssen aus dem Shop. Ansonsten, Freunde, wäre es das zu den ganzen Informationen für heute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. Bis zum nächsten Mal. It won't be alright.